Maxwell von Coynor steht hier jetzt etwas knäpplich, aber eine wunderschöne Garnitur mit vielen Verstellmöglichkeiten. Wie ich Ihnen hier bereits demonstriere, kann man den Rücken manuell verstellen und zwar in der Neigung und in der Höhe und in der Höheneigung. Also dreifach verstellbar, die Armlehne ist verstellbar, der Luxusplatz ist sicherlich die Recamiere. Mein Name ist Lutz Reinhardt von ProfissionUp.de und ich zeige Ihnen jetzt die Schwächen und Stärken, die ist sogar nicht vor. Leichte optische Wirkung, auf jeden Fall hat sie eine leichte Wirkung. Ich kann jetzt hier zum Beispiel den runter machen, da wird sie noch etwas leichter. Einen ergonomischen Sitzkomfort hat sie auch, nicht so viel Sitztiefe finde ich gut, weil ich will ja auch manchmal nur sitzen. Und mit der Neigungsverstellung hier kann ich es mir dann auch launchiger machen und am linken Sitz, und das müssen Sie jetzt hier, sehen Sie meine Beine nicht, aber die sind jetzt aufgelegt, haben Sie eine elektrisch einfahrbare und ausfahrbare Fußstütze. So hat die zweite Person, die regelmäßig im Haushalt lebt, auch einen Komfortsitz. Also Maxwell Feines Design, ein toller Sitzkomfort-Launching möglich auf zwei Sitzplätzen oder rauf drei und abklabbare Armlehnen hat es auch. Alles drin, alles dran. Der Webstoff macht einen sehr robusten Eindruck. Er dürfte einen hohen Kunstfaseranteil haben, weil sonst wäre er nicht pflegeleicht und das macht Kölner nicht mehr. Wir haben ein Schnäppchen bekommen, nämlich dieses hier. UVP 8790 Euro Preis bei ProfiSnap 3,57 plus Frachtkosten, also unter 4.000 Euro oder 4.000 Euro mit Fracht und einen Hocker extra bieten wir auch noch an, wenn er noch da ist. Brauchen Sie eigentlich aber nicht, weil Sie ja die Fußstütze haben. ProfiSnap.de, Ihr Online Outlet für Markensofa sagt Danke. Maxwell von Kölner-Merken steht hier im Schnäppchenkeller in 7286 Empfingen. Hier können Sie Sie anschauen, hier können Sie Probesitzen und kaufen können Sie sie aber auch online auf ProfiSnap.de. Danke und Tschüss, Ihr Blutz Reinhard von ProfiSnap.de.